Willkommen zurück zur letzten oder vorletzten Folge. Ich weiß es noch nicht. Betreten wir Olins Haus. Hier wo das gesamte Dilemma angefangen hat. Oder fast. Ja, eigentlich schon. Irgendwie seltsam. Olen haben wir nie wieder gesehen. Ob er wirklich gestorben ist, wissen wir nicht. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja. Ruhe dich vor dem Kampf auf. Kein Weg zurück. Triff weitere Vorbereitungen. Vorbereitet sind wir eh nicht. Ich trinke nochmal einen Schluck. Und ab geht's. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Der Sonnenkönig erwirb. petivoos Aber Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne. Tut, was sie sagt! Bereit umgeladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Helis! Nein! Versammel die Garde und schick Verstärkung! Eloy! Oh nein! Wir brauchen die Waffen! Er wird dich erledigen! Nicht dieses Mal! Du, du hast mich lange genug geärgert. Oh, wo bist du? Junge! Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Warum kämpfst du? So, das war der Erste. Das Ende ist unabschweichlich. Ah, wo kommen hier eigentlich gerade die Schüsse her? Da drüben. Okay. Heute machen wir es. Akzeptiere deine Schwäche. Mein, äh, Laser ist nun, meine Rüstung ist nun nicht ganz eaktiviert. Ach, das ist... Ja, fuck. Das macht aber überhaupt nichts. Und wir sehen hier überall diese hohe Kanister. So. Er brennt zumindest ein bisschen. Ähm... Ich wechsle mal die Pfeile. Na komm. Trau dich. Komm mal deinen eigenen Spielzeugen etwas näher. Geht doch. Das ist die Spielzeuge, die du selber hier hingestellt hast. Wenn die Todbringer weiterfällt, stürzt die Brücke ein. Zum Glück geht es nicht auf Zeit. Nee. Das war jetzt irgendwie nicht so wichtig. Ich darf ihn nicht so nahe ranlassen. Das macht nichts. Ich bin zu nahe ranlassen. Moment. Nee. Komm mal hier rüber. Kollege. Hier ist nämlich noch ein Loh-Behälter. Ich weiß ganz genau, dass Loh-Behälter ganz dolle mag. Das ist hier unten eigentlich los. Komm. Na also. Das hat doch gezischt. Au. Loh-Behälter waren auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Du bist ein Trostkollege. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Nichts von hier sollte so sein. Nichts hiervon sollte so sein. Du bist schuld daran. Dein blinder Gehorsam. Deine vielen Morde. Und wofür? Um auf Knien zu sterben. Als Spielzeug benutzt von einer Macht, die du nicht begreifen kannst. Du hast... Mitleid mit mir? Kehr dein Gesicht zur Sonne. Aber sowas von. Oh boy. Erstmal luken. Los. Durch da. Die müssen zum Berg. Hier noch mehr Kram. Moment. Was habe ich da gerade bekommen? Achso. Nichts Besonderes. Okay. Was kommt jetzt auf uns zu? Oh boy. Wir würden Pencil mit Rotbringer durch die Gegend. Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone. Auf den Platz formen. Das ist okay. Äh. Moment. Das wollte ich. Äh. Warum? Ich muss auf eine andere Form. Oh nice. Das geht ja sogar richtig geil. Was ist denn weg hier? Nein. Ich will die Waffe behalten. Die geht voll ab. Ernsthaft. Alter. Das ist ja sowas von gut in dieser Waffe. Und mit meinem Komis hier. Beziehungsweise. Komm. Einen habe ich noch. Jawohl. Das ist ja. Wo ein Bastel. Da hinten liegt noch was. So wie sieht es denn von der Seite eigentlich aus. Süden? Wo ist den Süden? Da ist Süden. Oh. Noch ein Rotbringer. Das ist mal nicht so weit nah genug. Jetzt aber. Oh Gott. Kommt ein ganzes Anmäh an. Wie du bist. Das hat ihr getan. Aber ich mag diese Waffe. Die ist ja. Richtig gut. Will ich hier sein. Wenn er trifft. Seht nach rechts. Jetzt erst mal das Buchtdringer. Also erfahrungsvoll gibt es hier auf jeden Fall eine ganze Menge. Da hinten sind es wieder. Der trifft ihn gut nicht so gut. Ich dafür umso besser. Aber er kommt näher. Näher kommen ist nicht gut. Einmal kurz Luft holen. Oh. Und sich wappnen. Das ist echt so. Tower Defense. For the win. Okay. What's next? War das jetzt? Wieder an die Waffen. Biss! Oh. Au. Mist. Gefällt mir. Ganz und gar nicht. Okay. Wer liegt am Boden? Ja. Die Zeit muss ich nutzen. Nein. So. Jetzt hat er mit. Aber ich ihn auch. Bum. Pulver dich weg. Aber es sind so Flutflieger. Ich hasse Flutflieger. Okay. Okay. Was ist das mit den Flutdingern? Oh. Da hinten ist noch ein Flutdinger. Seht gerade. Das ist wieder so eine Feuerameise. Ok dann, ist der Totbringer? Wo du da warst? Haben wir es? Ist das nur der Totbringer? Oh nein! Das ist doch ernst! Na komm! Auf dich kriege ich! Was für ein Weich? Das klingt immer so mies aus! Hör auf damit! Und da ist der letzte Totbringer! Ich hoffe es ist der letzte! Die Totbringer sind nämlich echt nicht ohne! Das sind Flugviecher! Ich hatte Flugviecher mal ein bisschen wie in Art. Oh Gott! Er hat begonnen! Das kündigt ja völlig an! So, die haben wir! Was jetzt? Noch mehr! Oh Gott! 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 Das ist noch nicht das Ende, egal wie es um uns aussieht. Vögelchen. Weg mit dir. Ein weiterer Triumphium Meridian. Was ist das hier? Hier ist eine Spur. Ah, das ist die Spur von Folge der Spur der Verwüstung. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Alles wird gut. Da ist der Turm. Ist das? Keine Ahnung. Aber wir müssen da rüber. Jetzt bin ich hellwach. Jetzt haben wir sicher ein paar Heilkräuter. Verdammte Maschinen. Ich werde die Herausforderung annehmen. Meine Kraft ist noch nicht verbraucht. Ich habe sie durch Eis und Schnee erworben. So. Gern gemacht. Äh, gern geschehen. Oh, die haben den Todbringer zerlegt. Bin ja schon fast begeistert von euch. Das ist noch ein kleiner Weg bis da nach oben. Okay, wir schaffen das. Wir sind auch wieder gut ausgerüstet hier. Ja. Ist das begonnen? Hades sendet jetzt. Ja. 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 Jäger. Scheiße. Wenn Hades das Signal abgesetzt hat, muss er durch die Verteidigung gekommen sein. Dinora, Ernst Garde, ich musste auch. Das ist echt nicht schön. Ach komm, das hätte auch anders aussehen können. Ein bisschen schicker. Ich muss weiter gehen. Los, weiter. Ich wusste, es wird nicht leicht. Also, weiter jetzt. Okay. Okay, ich bin kurz vor Hades. Und ich würde sagen, an dieser Stelle cutte ich noch ein letztes Mal. Bevor der Spaß hier richtig zu Ende geht. Oh boy. Drückt mir die Daumen. Bis zur nächsten Folge. Horizon Zero Dawn.